eine neue runde eine neues glück eine neues glück warte gut durch was du gehört ja ich bin jetzt so ich bin ja ich könnte ein greenscreen dahinter mir weg machen da bin ich vielleicht ein bisschen heller lässt sich aber jetzt nicht warum warum tust du ihn denn eigentlich nicht ausgehen darum möchte ich jetzt hier die ganze festbeleuchtung machen das bild relativ klein mach dich doch nicht kleiner als du bist und kreuzer und schlacken ja ich muss wissen ob rechts oder links ich würde sagen wir schließen uns rechts an okay wieso seid ihr schon losgefahren weil du weg warst ich glaube gerade gesagt dann nimmst du schon mit wurde ja nicht irgendwie wer mit wem ja allen irgendwie scheißegal und ja er steckt noch mit seiner normandie im gefecht also die nur 5er bis 8er weil ich bin oft auch fertig haben will da guck doch mal die lackierung an hier ist gar nicht mehr wo ich die hier habe aber ist es es ist nicht fehne ach so warte mal da ist ja der drache alles klar kaputt vorne das maul gesehen da ist schon was drin in die haben sie denn überhaupt fit und kagiro gegnerische streitkräfte entdeckt alles links kommt abgebild abgedingst ja möglich 100 prozent sollten die anderen aber vorher aufmachen auch im reichwertenflieger habe ich auch da kommen sie bleibt nicht im nebel stehen was ist denn hier mit dir in nürnberg ist und und ich 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 nicht ich 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 Der ist AFK, 100% der Mungo. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich krieg hier nicht zu viel. Ey, was hier? Hallo, Helene da. Ja, 7.5, die Taten weh. Kipps. Oh, scheiße, jetzt dreht die gerade ab, wo ich abgesetzt habe. Scheiße. Drücken müssen wir jetzt. Ja, ja. Warum ist die 1.500 Meter eh nur? Lolle. Ja. Kageru und Kid, oder? Ja, sind beide. Ja, sind wir. Weiße. Macht halt nur Kenner auf. Das ist ein Sack, der Länder. Nagato schießt OHAE, das ist geil. Ich bin jetzt schon kreuzergesichtet. Okay, das kriege ich keiner gerne. Ich habe zu viel Wasserlinie gehalten gerade, deswegen habe ich die Helle noch nicht getroffen. Wo ist denn die Bismarck, Alter, der Pisser? Verstehen wir mal. Verstehen wir mal. Verstehen wir mal. Aufstehen wir mal. Aufstehen wir mal. Aufstehen wir mal. Gibt es eine Verstehung? Wird nicht die Verstehung? Das war ich. Wir sind eine Verstehung. Was ist die Streut, Alter? 760, echt jetzt? Geiler Shit. Schon wieder ein Tausender, also irgendwas ich weiß nicht. Sie schießt in Cleveland komplett unsichtbar, das ist auch genial. Das finde ich geil. Steht auf freier Fläche. Geiler Shit, Alter, die schießt komplett unsichtbar. Torpedos direkt voraus! Torpedos auf Steuerbord! Schon wieder nur sie... Alter! Jetzt muss sie aber weg sein, das ist dein Kill Monkey glaube ich. Ne, doch! Ok, ok. Meiner war nämlich auch. Ja, ok. Ich mach nur abrallern, Alter! Das geht sich gar nicht. Achtung Torpedos. Äh. Alles gut ist weg. Gegnerisches Schlachtschiff gesiegelt! Ich mach nur... Ich mach nur... Unser Sieg ist in Sicht! Boah, Alter, was haben die gemacht? Boah, Alter, was haben die gemacht? Jetzt komm weg damit. Gegnerischer Kreuzer versenkt! So, da hinten ist die Scheuze Mattel, die trifft als nächstes. Das ist mal ein anständiger Treffer, ey. Puh, 760! Ey, was ist... Was haben die gemacht? Kaputt gepatcht, ohne Witz. Kann net wahr sein. Soviel zum Thema Kneisenau. Äh, keine, hat's ja nicht. Ist ja ein anderes Kaliber. 2,5 auf einer Nagato, die mehr gepanzert ist. Okay. In Ordnung. Haben wir gewonnen. Ist mit 20.000 Schaden, alter Falter. Oh, ich bin auch dann mal endlich da! Danke! Oh, leck. Ich verschiebe uns mal in Division 2, Monkey. Ja, okay. Bitte. Alter Falter, ey. Ey, das ist ja nicht wahr. Ich brauche nur 20.000 ungemacht. Auf ne Cleveland prall ich ab. Auf ne Nagatum, die voll gepanzert ist, mache ich 2.500 Schaden. Also... Respekt. Ja. Ich lass die Aufnahme gleich weiter rattern, ne? Machen wir einfach mal ne Doppelfolge draus. Jo, mach mal. Boah, da bist du dran. Ja. Gib'n Achter. Okay. Das ist hier nur schön, das werden 7 Uhr. Wahnsinn. Ist nicht wahr. Ja? Oh, ich bleib bei 7. Klar. Ja. Das ist nie wahr. Ist er noch irgendwas? Ähhhhh. Hackeln. Ja. Ja. Ich hab' so'n Tarnung, Alter. Ich will schon gar nicht mehr verlauter Tarnung, weil ich's draufmachen soll. Ich will schon gar nicht mehr verlauter Tarnung, weil ich's draufmachen soll. Dann nehmen wir die. He-he. 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 Ich hab' so'n Tarnung. Alter, Wahnsinn. Jetzt haben die mit der Schaden was gemacht, die Arschlöcher. 356mm. Geht nirgendwo mehr hin, oder was? Wahnsinn. Das ist ja herrlich. Desktop-Audio jetzt. Ahhhh. Schaden aus kann ich nicht mitreden, das ich noch nie gehabt habe. Was für Kaliber hat die, weiß ich jetzt grad nicht. 356. Vielleicht ist das ne Mischung aus, weil so einen anderen Schirm vielleicht auch nochmal diesen Dienes und Panzerung und diesen Dienes verändert haben und bla bla bla. Ey, aber nicht an der Cleveland abprallen und 2000 Schaden auf ner Nagato. Also, ne? Genau. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht was zu anderen. Vielleicht anders schauen wir's noch gedreht haben. Äh, normal dürfen sie nix an der drehen. Das ist ein premium Schiff. Tja. Ach, das stand halt wie fecht. Ach, das stand halt wie fecht. Ach, das stand halt wie fecht. Und jetzt schließen uns der Flötter an. Reichweite. Was hab ich denn da? 18.1. Ja, ich weiß grad ohne, ich bin weiter vor. Warte mal hier, Leon Bismarck kommt hier rüber zu uns, dann bleiben wir hier. Ja. Neben mir ist noch die Colorado, die fährt noch mit. Schorsch. 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 Schorsch, ich hab dir hundertmal gesagt, du sollst nicht mit Feuer spielen. Genau. Aber es macht doch so Spaß. Ja, so sieht ein Schiff aus, wenn es mit Feuer spielt. Guck. Wieso, wo, äh, 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 äh. Ach du Scheiße. Drachen, Dingsbums hier. Ja. Hast dich schick gemacht für irgendeine Feierlichkeit, oder? Richtig. Heute geht's zum Asiaten. Oh, jetzt geht die Schorsch auf und ich hab grad auf die Bismarck geschossen. Na super. Oh, das war zu kurz. Da treffe ich die Fitchi im Nebel. Ja. Wie mal. Oh, das alles steht jetzt im Nebel. Nichts deckt auf. Ja, 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 ja. Oh, dann eine Miyoko, eine Art Miyoko, aber auch schon lange mehr gesehen. Ah, gut. Enemie Crews attacked. Fuck. So, keine Nullerrunde. Ich muss erst mal hinter die Insel. Oh, Mann. Hast du schon kassiert, oder was? Nene, aber Sicherheit selber mal. Dass ich hier mal ein bisschen drehen kann. Dann bin ich so weit vorne. Schon wieder nur... Nichtdurchschläge. Alter, kann ja jetzt nicht wahr sein. Wundertoll. Oh, die hat sich festgemacht. Geil. Meine Frontbatterie schon wieder an der Insel hängen bleibt. Die Stationen. Brauche Feuerunterstützung. Und Feuer ist schön geil. So, jetzt mal vorwärts. Da muss ich hier hängen. Hm. Oh, da ist was im Cap. So schnell sind wir ja nicht. Ah, die Akizuki hat schon einen Umschirm. Ja, ich... will mal helfen. Alles daneben schon. Weg. Heute schieße ich nur daneben. Ja. Komm, ich die machen. Dann... ... und dann kapche die jetzt ganz. Weg, lass an... ... ... ... ... Einfach durch die Mitte gefahren. Barnebel, das ist schon. Gehen wir mal auf Zerstörer-Jagd. Die Zubi ist drin. Nein, die Kageri ist drin. Genau. Die haben doch nur noch die Kageri und Maran. Ja, die Maran ist bei euch. Dann ist das die Kageri, ja. Ich hab mich verguckt. Und macht der Torpedo weg. Er muss in den Nebel reinfahren. Bringt sonst nichts. Ist raus. Ja. Warum machst du hydroakustische Suche an Nürnberg auf die Reichweite? Stubid. Echt. Komplett unnütz. 3 3 3 4 5 7 7 8 10 9 9 10 10 drei schlachtschiffen einen dd das ist ja jetzt bismar clio colorado die schlachtschiff genial Du kaufjörg zu, echt fast es nicht. Tja, jetzt ist die Wänga-Duner im Arsch. ja gut geht hinterher weil da ach ja wie schön ich daneben schieße so eine pracht heute eine wahre pracht ich habe einen treffer gemacht da ist die KG-Roh weiterfährt ich habe ja Pech gehabt ich bin dicker, fetter jawoll Treffer das nebelte sich, weil sie kassiert hat da kann man jetzt natürlich als nächstes was machen die denn dahin ich weiß nicht ich weiß nicht er ist nur brennt er ist jetzt auch hinterm nebel ok brennt nochmal von mir jetzt brennst du nochmal von mir, das musst du gleich löschen, Torpedowerfer ist ausgefallen Magato, hast du daneben geschickt? Ja, brach von mir hat sie nochmal gekriegt muss sie jetzt gleich löschen, oder sie kann nicht löschen, dann hat sie wohl ein Problem ist jetzt gleich der nächste warte mal erstmal ab, bis sie fertig mit drehen ist oh je, nochmal Torpedower ausgeschossen und noch am Rand von mir ach, die fackelt runter, die fackelt runter ach, sie kann löschen auf den letzten Drücker, ne ne, ne tschöööö our team has taken the lead boah, zu biii hey, Leander, was ist denn mit dir? zu Bock zu kurz, scheiße Bruder Ausfall oh, Kagero vor mir ich bin neben dir, wo man ist hat sie fast gestanden hat sie fast gestanden Motorausfall also Antriebs los an tschüss ich drehe jetzt mal eine Runde hier oh, sogar wird Naka Naka getroffen sehr schön bin schon dabei manach, brennt ja, von mir auch nochmal hehehehe traumhaft Nagato hat gelöscht eben Monarch auch Monarch auch bricht da grad noch Leander ist offen ja bricht sollte weg sein wenn ich treffe brennt, ja von Tausender hat direkt gelöscht schade schade jaja jaja jetzt rollt wieder nirgends voran erst mal zugehen die Nase hat zwar leer zum Ding stellen aber flint die leeren da solltest du aber auskriegen jaja sollt er machen die Nase hat und brennt die Nase hat schade 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 Du stehst besser. ob das noch ankommt ja die 8000 nehme ich noch mit schade meine kombinieren 84.000 65 zu anfangs war ja echt 65.000 ja mal gucken wo wir stehen inferno abgeschlossen verdienen sie zehn brandgesteckt bänder ok akizuki kriegt ein lob von mir ja die hat einen guten job gemacht ja also ich sag mal die chance ist schon geil wenn man wenn man aufpasst das glück hat dass man nicht irgendwie fett kassiert richtig dann ist die sehr gefährlich wir sind auf zwei und drei so dann vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal auf wieder tschüss